Hallo, heute ist 20. November 2021. Jetzt zuhören und lernen. Dafür ist die Vorhaut gut. Erstens Schutz. Die Vorhaut schützt die Eichel und die Harnröhrenöffnung, zum Beispiel Vorreibung an der Kleidung und Kälte. Unter der Vorhaut bleibt die Eichel empfindsam, weich und feucht. Zweitens Lustgefühle. Wegen ihrer hohen Empfindsamkeit und Beweglichkeit ist die Vorhaut ein wunderbares Spielzeug bei der Selbstbefriedigung und beim Sex. Drittens Erektion. Wenn der Penis steif wird, sieht sich die Vorhaut von selbst ganz oder teilweise zurück. So stellt sie die zusätzliche Haut zur Verfügung, die für den größer werdenden Penis benötigt wird. Viertens Geschlechtsverkehr. Die Feuchtigkeit der Eichel und der inneren Vorhautschicht ist ein natürliches Gleitmittel. Außerdem roht die Vorhaut hin und her, während der man seinen Penis in der Scheide bewegt. Das ist für beide ein angenehmes Gefühl, weil dadurch die Reibung vermindert wird. Vergiss nicht, die Vorhaut ist kein überflüssiges Stück Haut, sondern ein wertvoller Bestandteil des Penis und der Sexualität. Und was soll ich jetzt sagen? Natürlich, ich liebe meine Vorhaut. Die Vorhaut von einem KCERN Das ist für ein Ereignen. Ich liebe die Vorhaut und deine Vorhaut. Ich liebe die Vorhaut. Ich liebe die Vorhaut. Ich liebe die Vorhaut.